Der Countdown für unser verschobenes Benefize-Event mit Prof. Josy Prokopets läuft auf Hochtouren. Am Freitag, 2. Februar 2024 mit dem Beginn um 19 Uhr wird der Protagonist im neuen Klagenfurter Veranstaltungszentrum ehemalige Hypo Arena am Alpe-Aria-Platz 1 in Klagenfurt vis-à-vis Kika einen humorvollen Streifzug durch die gefährlichen und tiefen der österreichischen Satire Unternehmen. Jeder, der dabei seine Lachmuskeln arg strapazieren möchte, ist herzlich willkommen. Die bereits gekauften Karten für den aufgeschobenen Novembertermin in St. Jakob bleiben natürlich gültig. Es stehen noch 95 Restkarten zur Verfügung. Wer also noch dabei sein möchte, bitte um rasche Bestellung der Karten unter der Telefonnummer 06 50 57 68 735 oder unter der E-Mail polizeitung at gmail.com sowie ebenfalls im Büro der Kärntner Landsmannschaft unter der Telefonnummer 0463 51 34 23 wochentags von 8 bis 12 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.